Deutsche Börse will durch einen weiteren Platzaufbau 100 Millionen Euro pro Jahr spüren. Zu Frankfurt und Lützebüch fallen durch 370 Arbeitsplätze eine Wäsche, die größten Teilen in Osteuropa verlagert sollen gehen. Bis zum Jahr 2013 soll die Deutsche Börse durch die in Dünsten annonciert Platzstreichungen zu Frankfurt am Main und zu Lützebüch zusätzlich Millionen spüren. Gleichzeitig soll aber zwei Drittel von diesen Platzen um Standort Prag abgebaut gehen. Das Mäseur wird nötig gehen durch die durch 2007 und Februar 2010 geplankte Börse bei den Kasten. Schon im Februar wird die Deutsche Börse erst Mäseuren decideet, die dem Konzern alle über 50 Millionen Euro bringen sollten. Die Europäische Kommission wird Schädungsrecht verkoppeln, die uns unterschiedliche Länder stammen, vereinfachen. Der Verschlag von der EU-Justizkommissarin Vivian Reding, der sich für das Neutrecht stark macht, sagt, dass alle Koppel in Zukunft wählen können, auf welchem Land und auf welchem Recht die Schädung vollzugehen. Eine ausschlaggebende Erinnerung ist zum Beispiel am Fall, wenn ein Koppel mit verschiedenen Nationalitäten sich auch ein Schädungsrecht ähneln, an dem die Schädung ländertippisch festgehalten ist. So kann verhindern gehen, dass ein Partei eine Schädungsprozedur kann durchsetzen, die für diese Person von Vierteln wird. Bei einem Feuer an einem Gebäude zu Kolkata, demnach nach Kalkutta, sind ab mindestens 24 Menschen in der Liebe gekommen, und sind weiterer Sünderl zu spassiert gegangen. Beim Großbrand am Zentrum von der Ostindischen Kulturmetropole waren 150 Jahre alt Gebäude, denn es ist ein Flamenabgang. Die Feuer konnte recht an der nächsten Mittwoch komplett gelöscht gehen. Die Feuer wird durch die Kurze an einem Lift zwischen dem 5. an dem 6. Stock ausgelöscht gehen. Berichter nur, während das Arbeiten, bei denen über 100 Pummschen am Einsatz waren, durch ein manchen und niedriges Equipment, 54 Menschen in einem Verkehrshaus stark beeinträchtigt geworden.